so und zurück nach muskelheim ich möchte hier noch die letzte valkyre finden bevor ich mir das story weitermach aber dafür muss ich hier wir nehmen natürlich das portal aber dafür muss ich die prüfungen natürlich schaffen das werde ich natürlich jetzt auch wieder nicht aufnehmen ich nehme das jetzt gerade nur auf den weg dorthin damit ihr wisst was ich noch vorhabe und arena 4 ist das weiteste genau ja sobald ich die prüfung bestanden habe diesen 100 gegnern besiegen werde ich natürlich wieder normal aufnehmen damit ihr natürlich wisst was die nächste prüfung ist und ob ich die direkt schafft und dann sehen wir weiter los lade okay also bis später und tschüss wir kommen zurück in der party ich habe mir gedacht wir sind ab dem 50 ab der hälfte oder sowas können wir wieder aufnehmen so Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Wow. Das war's. 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 Okay, weiter geht's. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, das war's. 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 Oh, man. Nochmal. Das war's. 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 Oh, man. Das war's. Boah, das war's. 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 Das war's.